Und heute mal ein Ründchen up to seven. Gucken, ob hier was geht. Machen wir mal einen Euro. Los geht's. Hier wäre natürlich ein Vollbild mal interessant. Und jetzt geht's. Das war's für heute. Oh, das Geizkrank. Knapp daneben. Schade. Das wird doch gewesen. Los, komm schon. Los, Herr von Geiz. Oh, oh. Das sieht echt bescheiden aus. Zitronen ist das einzige hier. Räumchen. Pst, ich mach 20. Das ist mies. Richtig mies. Oh, na so schönes Folge. Wollten wir mal sehen. Aber leider nicht heute, glaube ich. Nein, keins mit bei. Vielleicht beim nächsten Mal. Schade.